Hörtext 22 Die Hexe Mia Die Hexe Mia möchte in eine normale Schule gehen. Mia darf nur in eine Hexenschule gehen. Sie darf in der Schule nicht zaubern. Sie ist glücklich. Sie geht in die normale Schule, in die Klasse 1c. Mia sitzt neben Ben. Sie möchte ihren Freunden helfen. Sie zaubert und die Lehrerin schläft ein. Die Schule ist aus und alle Schüler gehen nach Hause. Frau Streng schläft den ganzen Tag und die ganze Nacht. Alle lachen. Das ist ein Klassengeheimnis.